Heute entflieh ich der Hitze und fahr in die Alpen nach Mittenwald zu einer Wanderung im Karwendelgebirge und ich hoffe, dass die Temperaturen dort erträglich sind. Ich werde mit der Karwendelbahn hochfahren und dann über den Heinrich-Nohe-Steig zur Brunsteinhütte und anschließend ins Tal laufen. Ja, jetzt bin ich gleich in Mittenwald. Es war eine komische Fahrt. Mein Navi wollte mich in die Irre führen, wollte mich über Österreich lotsen und hat noch bis kurz vor Mittenwald behauptet, ich müsste umdrehen. Hoffentlich kein Zeichen. Ja, jetzt, wie gesagt, gleich bin ich da und dann, wenn wir uns Wander fertig machen und die Tour in Angriff nehmen. Anführungszeichen von Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Der höchste Punkt ist jetzt schon fast erreicht. Da hinter mir. Da gehen dann bald zwei Klettersteige ab. Die ich natürlich nicht gehen werde, sondern ich werde den Heinrich-Noe-Steig zur Brunsteinhütte nehmen. Ich bin gerade mal ein paar hundert Meter gegangen. Leicht abwärts. Und es ist bereits jetzt eine herrliche Ruhe. Nur dahinter am Sattel sind zwei Wanderer zu sehen. Ich nehme wohl den gleichen Weg wie ich. Ansonsten hier nichts zu hören. Geil. Hinter mir sieht man jetzt, ich hoffe man sieht es, den schönen Weg wo ich gerade hergekommen bin. Das war eine leichte Schwierigkeit würde ich mal sagen. Aber gut mit Seilen verspannt. Gut Gehbar sieht hier jetzt steiler aus, als es tatsächlich war. Ja. 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 Hier am Gattal kreuz der Mitten bei der Klettersteige, meinen Weg. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich den nicht gehen muss, aber hier hoch hinter mir jetzt. Sieht eigentlich noch ganz gut machbar aus, aber wenn ich die Leiter sehe und oben wird über einen Grad sicherlich schwieriger werden. Ich gehe weiter zur Grundsteinhütte. Bis zum nächsten Mal. Ist das nicht herrlich? Ich hoffe, das kommt auf die Kamera einigermaßen rüber. Wie schön hier die Berge sind, wie still alles ist. Übermittlere Klettersteiger macht trotzdem nichts. Wahnsinn! Wir sehen uns bei der nächsten Mal. Ja, irgendwie haben wir einen Weg verfehlt, ich habe auch den A2 gesehen, ich stehe jetzt hier auf dem Weg, schon geht es durch ein Geröllfeld, das ist nicht besonders geschickt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Wanderung beendet und es reicht die Hitze und das Abwärtsgehen war sinnlich anstrengend, insbesondere zum Schluss, ich wollte nicht mehr. Jetzt sitze ich im Auto, fahre jetzt heim. Ich hoffe, es läuft alles gut und ich freue mich auf meine Dusche. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.